Musik Hi, ich bin Feli, 15 Jahre alt und ich zeige euch heute meine Schule. Genau, ich gehe auf die Western Sierra Collegiate Academy und ja, jetzt geht es gleich drinnen weiter. Die Tür ist vom Gym und dann geht es weiter in den Main Hallway. Da sieht man so ein bisschen den Überblick, sage ich mal. Dann ist es da, genau, da ist das Front Office. Nochmal vom Gym, sage ich mal, in den Hallway, das, was ich euch gerade schon gezeigt habe. Die Treppen im zweiten Stock und dann Mathe Hallway, den zeige ich euch gleich nochmal genauer. Genau, das sind jetzt Mathe Räume, dann geht es da hinten weiter. Ich glaube, das sind nur Seniors und dann rechts mit den Fenstern sieht man meinen Raum. So, nochmal, Hallway, Mathe, Räume oder Mathe Hallway. Dann geht es in den normalen Hallway. Da sieht man jetzt Humanities, das sind History und Englischräume. Dann geht es weiter. Da ist der Wolf Market, da geht es Lunch. Da ist im Prinzip die Cafeteria, also wo wir unser Essen kriegen. Da geht es da die Treppen hoch. Da sieht man auch, School Spirit ist auf jeden Fall am Start. Dann sieht man schon so ein bisschen so einen Überblick. Links sind dann die Mathe Räume. Und dann sieht man da wieder, wo es zum Gym geht und andere Seite. Da sieht man jetzt das Gym. Das Summit, Geografie, Räume, Photography, glaube ich, genau. Das ist, wenn du die Treppe hoch gehst und dann links läufst. Dann geht es da weiter zu meinem Klassenzimmer, das ihr geradeaus seht. Da konnte ich jetzt leider nicht reinfilmen, weil da eine Klasse gerade drin war, aber genau. Da sieht man Student Services. Dann geht es weiter, da sieht man nochmal Lockers. Das ist, wenn du die Treppe hoch gehst und dann rechts läufst. Da geht es dann zu den Bioräumen. Da sieht man jetzt auch, genau, da sieht man meinen Bioraum. Und dann geht es da weiter noch für die Middle School. Physics, Chemistry und dann vorne, wenn ihr geradeaus weiterguckt, sieht man dann auch die Treppe. Da sieht man jetzt meinen Theaterraum am Dings. Und dann daneben das Gym. Da sieht man dann so ein bisschen den zweiten Stock. Ein paar mehr Klassenzimmer. Und dann an der rechten Seite ist die Bühne. So, von dem Klassenzimmer Weitschau, wo ich Geografie habe, was ich euch gerade gezeigt habe, geht es dem Weitschau geradeaus. Und dann sieht man da nochmal so ein bisschen Überblick von dem ersten Stockwerk. Da links sieht man das Lehrerzimmer. Ziemlich kurz, aber man sieht es. Und dann genau die Treppe runter. Man sieht nochmal ein bisschen Überblick von der Schule. Und ja, das war's. Mehr Infos zu dieser und vielen weiteren tollen Schulen findest du auf der Homepage von Kulturwerke Deutschland. Deinem Partner für erstklassige Auslandsaufenthalte.